Komm mal kurz mit mir, dann gleich mal in einem Rundfoto beglücklichen Menschen, die wir im Westen, ich kann mal kurz mit runter. So, füllen wir abhören. Guck mal, so als würde es dir gefallen. Oh, das ist das Gesicht, was du gemacht hast, dir gefällt. Bisschen überzeugt noch, machen wir. Äh, keine, bitte mal noch einen, sonst hat man dich, ich habe dich doppelt überzeugt. Lass euch hier einen Kommentar drauf, bitte ein bisschen heran, schön nett. Hast du? Würde mich dann nochmal angucken. Der Rest da hinten, das ist halt vorbei, ein halbes Spiel. So, jetzt ist es. Okay, danke. Heute auch weit angereiste Gäste und wir möchten alle begrüßen, wir wollen, wie gratiert zu sein. Minister Dresden ist sowas ähnlich wie unsere zweite Wahlheimat. Wir haben auch heute schon schwer investiert, als wir mit unserem Bandbus die Autobahn runtergefahren sind. Der Tank leer, da haben wir extra, weil wir gesagt haben, wir müssen in was typisch dresdorisches investieren. Und wir haben den Bus die letzten 2,4 Kilometer geschoben bis zur Finao-Dankstelle. Finao-Fan! 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 Finao-Fan мерz. Finao-Fan. 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 Finao-Fan.